Anders als die meisten Smartphones nutzt das Librem 5 eine übliche Linux-Distribution statt Android. Das ursprünglich per Crowdfunding finanzierte Gerät ist in langer Detailarbeit von Purism von Grund auf selbst erstellt worden. Erklärtes Ziel war es dabei immer, Komponenten gezielt nach der Unterstützung durch freie Software auszuwählen und dafür auch im Zweifel einige Abstriche bei der Gestaltung des Gerätes hinzunehmen. Das Librem 5 soll sich für alle eignen, denen der Schutz eigener Daten wichtig ist und alltagstauglich sein. Mehr als drei Jahre Entwicklungszeit haben dafür aber leider nicht gereicht. Schon beim Auspacken des Gerätes wird klar, dass das Librem 5 vor allem eines ist, nämlich ungewöhnlich. Denn es ist zwar vergleichbar hoch und breit wie aktuelle Android-Geräte, aber auch fast doppelt so dick. Mit einem Gewicht von rund 260 Gramm ist das Gerät zudem schwerer als handelsübliche Smartphones. Herzstück ist das SoC-EMX 8M von NXP mit vier Arm-Cortex-A53-Kernen bei 1,5 GHz Takt. Diesen zur Seite stehen 3 GB Arbeitsspeicher und 32 GB eMMC-Festspeicher. Die Rückseite des Librem 5 ist aus Kunststoff gefertigt und leicht abnehmbar. Der Akku mit einer Nennladung von 4500 mAh ist wechselbar. Als Besonderheit verfügt das Librem 5 außerdem über Hardware-Schalter an der linken Gehäuse-Seite für Funk sowie Mikrofon und Kamera. Als Betriebssystem setzen die Macher auf die eigene Linux-Distribution PureOS, die wiederum auf Debian basiert. Als Browser kommt der schlicht Web-genannte Browser des GNOME-Projektes in der aktuellen Version 3.38 zum Einsatz. Er verwendet als Rendering-Engine Webkit. Dieser Browser ist simpel, aber kann funktional keineswegs mit der Mobil-Variante von Firefox oder Chrome mithalten. Bisher sind auch nur wenige GNOME-Apps für die Smartphone-Ansicht optimiert worden. Von anderen Open-Source-Apps wie dem Messenger Signal ganz zu schweigen. Problematisch ist auch die extrem schlechte Akkulaufzeit. Selbst im Standby mit aktiviertem WLAN hält das Gerät nur etwas mehr als einen 8-Stunden-Takt durch. Bei einer gewöhnlichen Smartphone-Benutzung ist der Akku jedoch viel schneller leer als uns lieb ist, was das Librem 5 für den Einsatz im Alltag eigentlich unbrauchbar macht. Im Bereich der Sicherheit sieht es eher mau aus. So fehlen dem Gerät grundlegende Sicherheitsfunktionen, die wir von anderen Linux-Distributionen gewohnt sind. Es liegen zum Beispiel alle Daten unverschlüsselt auf dem Flash-Speicher. Auch viele Sicherheitsfunktionen, die unter Android umgesetzt wurden, fehlen, wie zum Beispiel voneinander abgeschottete Apps oder ein Berechtigungskonzept. Die Software mit der Fosch-Oberfläche fühlt sich sehr nach einem Alpha-Stadium an. Das Librem 5 ist immerhin das erste Smartphone überhaupt mit einfach nutzbaren Hardware-Schaltern, die unsere Privatsphäre verbessern. Insofern geben wir unsere Hoffnung noch nicht ganz auf, eines Tages doch noch unsere liebste Distribution auf einem beliebigen Linux-Smartphone unserer Wahl betreiben zu können. Mit einem Convergence-Modus, der uns überall arbeiten lässt. Bis dahin ist es jedoch noch eine ganz schöne Strecke. Und der Kauf des Librem 5 ist nur jenen zu empfehlen, die diesen Weg aktiv und vor allem finanziell unterstützen wollen.